Hallo und herzlich willkommen auf dem Weihnachtsmarkt. Und heute haben wir uns gedacht, wir machen mal was besonderes und zwar ein interaktives Video. Ihr könnt uns über diesen Weihnachtsmarkt fernsteuern. Na gut, so ferngesteuert ist übertrieben, aber ihr habt die Wahl zwischen drei Sachen. Wir können jetzt eine Bratwurst essen oder Schlitzschuh laufen gehen oder einen Glühwein trinken. Hauptsache ihr entscheidet euch mal langsam und klickt auf eine der Annotations, denn dann geht es auch weiter und es wird langsam kalt. Also ich wäre für Glühwein. Glühwein! Oder Bratwurst. Oder Schlitzschuh. Ich will Schlitzschuh fahren. Ich möchte nicht auf Schlitzschuh laufen, ich kann das nicht. Den bin ich für Schlitzschuh laufen. Den bin ich für Schlitzschuh laufen. Doch, denn Schlitzschuh laufen. Schlitzschuh laufen. Oder? Glühwein. Bratwurst ist auch geil. Schlitzschuh. Man. Hauptsache jetzt wäre es dann soweit, denn jetzt ist das Video aus. Okay, schaltet euch. Schnell. Jetzt. Los. Klicken.